Hallo ihr Lieben, diese Woche kommt mein Wochenendtipp von der Ostsee und ihr habt euch gewünscht etwas mehr zu erfahren über die Zellulite. Erstmal ist Zellulite für Frauen etwas ganz normales, das Bindegewebe ist einfach etwas weicher aufgebaut und deswegen können viele Frauen anlagebedingt oder auch gewichtsbedingt zu einem etwas weniger straffen Bindegewebe neigen. Aber man kann natürlich etwas tun, man kann erstmal bürsten, das ist auf jeden Fall etwas, was sehr schön hilft, man kann auch Wechseltuschen machen und natürlich hat auch die Natur etwas zu bieten, nämlich Birkenextrakte oder auch Efeu. Und Efeu könnt ihr wirklich ganz leicht ein Massageöl rüber machen, einfach Efeu sammeln, in einem guten Olivenöl vier, fünf Wochen ziehen lassen und damit dann immer schön die betroffenen Stellen einmassieren. Alles Liebe, bis nächste Woche, eure Männerliebe. Bis zum nächsten Mal.